Nee, stopp. Are you fucking serious? Warte! Mir ist grad... Ich hab hier einen Ofen gemacht und der ist mir weggeflogen. Um keine Folgen zu verpassen. Viel Spaß! Bitte, wo müsste... eine Schleuzer rumliegen? Was willst du eigentlich in deine Bude reinhaben? Ah, du baust ihn aus! Was machen wir? Er kommt nicht! Oh fuck! Ich helf dir! Spring auf die Plattform! Oh fuck! Hilfe! Hilfe! Da! Nimm! Spring auf die Plattform! Ach Gott! Der ist kurz vorm Stern! Geilo! Hat irgendjemand die Schmerzen gefunden? No! Hey! Was machst du? Ich muss da durch! Ich muss da durch! Das geht doch nicht! Ich muss da durch! Da gibt's auch ne Tür! Junge! Jetzt zieg ich aber aus! Jetzt gibt's eine aufs Maul! Der Heifiger! Durch dein Zipper durch! Durch dein Bodenboot! Na komm doch! Na komm doch! Puttputt! Ich baue mal so'n Vogelding! HÄH?! Eine Vogelscheiche oder ein Vogelnest! Vogel... Nest... ...Fänger... ...Teil! Vogelnetz! Damit dieser Schmoloch nicht dauernd das Gemüse frisst! Geh weck! Das ist ja Wahnsinn! So viele... Vögel am Start! hat. Aber es ist auch ur-krass, wie viel wir fahren jetzt da. Auf jeden, ja. Das ist halt echt. Wir wollen halt noch irgendwie diese, äh, es ist... Spott und Nägel. Schott haben wir so viel. Ja. Ich hab auch 50 Nägel. 50 Nägel? Ja. 50? Dann bin ich hier wahrscheinlich der einzigste, der das Lichtsatz. Hä? Kann ich mal manche Holz reinigen, bitte? Ich sterb so. Wo? Ich hab kein Holz. Wo gehst du? Hier bei den Highfleisch. Mein Highfleisch. Meine Güte, der stirbt an Magersucht, der Bruder. Das ist halt so stolz wie ich wollte. Könnte auch mal aufhören zu regnen. Das stimmt. Es regnet schon seit Monaten. Seit Jahren. Junge, wer macht denn mal hier mein Haus kaputt? Hä? 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 Wo? Hier hat die Ecke schon wieder kaputt. Das sind Löcher. Ach, bitteschön. Hier, die Ecke war wieder abgerüstet mit den Wänden. Das war nicht ich. Nein, nein. Das war Stubi. Okay. Der Hai. Ist das jetzt Stubi? Ach, keine Ahnung, die hat 5.000 Namen. Ne, vorher haben wir gesagt Bruce. Ihr habt ja gesagt Otto. Na, wenn er stirbt, dann kriegt er einen neuen Namen. Der Alte. Der ist ja schon 5.000. Der bleibt jetzt Bruce. Der fährt einfach hier durch die Irren so durch. Ja, er kann's halt. Er kann's. Er traut sich. Er hat nicht die ganzen Palmenblätter überhaupt. Ich brauch Schrott. Ist keiner mehr da. Ich hab 8 gefunden. 8 Palmenblätter. Der Dude hat sich schon wieder alles eingekrallt, das sag ich dir. Wer? Ja, was? Wer, ich oder was? Ja, du. Das ist ja normal, ne? Du hast dir sogar die Palmenblätter eingenäht. Hey, du hast dir bestimmt reingesteckt und dir zuschirrt. Sein ganzes, sein ganzes Inventar ist bestimmt voll. Ja, ja, bestimmt habt ihr es euch reingesteckt und jetzt wollt ihr schon auf mich wieder losgehen. Immer. Wir lieben dich doch. Ja, ich kenne dich schon. Schon auf mich wieder los. Das ist jede Folge so. Das geht nicht. Immer dasselbe mit mir. Immer die Altschalei, ja. Ich hab selber keine Blätter. Junge, das Boot macht komplett durch. Ja, es eskaliert gerade. Ein paar Sekunden später. Ich hätte jetzt Blätter, falls jemand was braucht. Ja, bitte. Und ich hab mir auch in meinem Haus eine Farmstation gebaut, da muss ich mal rüberlaufen. Der rote Abseits. Ich geh immer um für. Er hat jetzt die Blätter. Komm her. Er hat jetzt die Blätter. Bitte nicht. Okay, ich geb dir mal alle, die ich hab. Jawoll. Der schmeißt einfach mal ins Wasser. Ich find der super. Nice. Das war groß. Wenn du die jetzt nicht findest, dann wäre ich so. Ich brauch ein Palmenblatt, bitte. Nö. Irgendwo muss doch eins haben. Okay, red. Hast du die hier? Schau. Ich hab über fünf, oder? Was? Ich esse Kartoffeln und bekomme keinen Leben. Keinen Kuchen. Äh. Was kannst du eigentlich? Ist das gerade ein Pack, oder? Als ob mein Haus ist dann wird's unter Wasser. Nice. Meinst du auch die ganze Zeit? Ich würd sagen, wir bauen irgendwie 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 irgendwie. Warum hast du eigentlich eine eigene Kiste beim Haus? Wie? Warum hab ich eine Kiste im Haus? Ja. Damit dir keiner den Staff ladert. Nein, nur dann muss ich nicht immer bis zur Essens-Truhe darüber laufen. Achso. Das war's auf jeden Fall mit der Folge Raph. Abonniert auf jeden Fall unsere Kanäle. Bewertet das Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.